Refecto Seal, der Spezialist für Augenbrauen und Wimpernfarben, bietet auch für sensible Kundinnen die perfekte Lösung. Refecto Seal Sensitive färbt sanft und auf pflanzlicher Basis und setzt die Augen empfindlicher Kundinnen effektvoll in Szene, ganz ohne Make-up. Zudem ermöglicht das neue Zwei-Schritte-Färbesystem eine Färbung in nur drei Minuten. Ganz einfach und sicher. Die Färbung ist wisch- und wasserfest und hält bis zu sechs Wochen. Refecto Seal Sensitive ist in vier Farben erhältlich, schwarz, dunkel, mittel und hellbraun. Falls Ihre Kundin Kontaktlinsen trägt, entfernen Sie diese vor der Anwendung. Reinigen Sie Wimpern und Augenbrauen mit dem ölfreien Refecto Seal Augen-Make-up-Entferner. Nehmen Sie zwei Refecto Seal Silikonpads, und drücken Sie diese sanft unter den Wimpern an, um zu vermeiden, dass die Haut angefärbt wird. Schützen Sie die restliche Haut, indem Sie auf das Oberlid und um die Augenbrauen Refecto Seal Hautschutzcreme auftragen. Drücken Sie nun eine erbsengroße Menge Farbgel in die Refecto Seal Artist Palette. Tragen Sie das Gel mit dem weißen Färbestäbchen auf den Wimpern auf. Wenn Sie für die Augenbrauen eine andere Färbe verwenden, arbeiten Sie mit einer zweiten Artist Palette und zwei neuen Färbestäbchen. Wir verwenden Mittelbrauen für Augenbrauen und Schwarz für Wimpern. Nun tragen Sie die Farbe auf die Augenbrauen in Wuchsrichtung auf. Lassen Sie das Farbgel zwei Minuten einwirken. Mit einem trockenen Wattestäbchen entfernen Sie das Farbgel von Augenbrauen und Wimpern. Drücken Sie jetzt die gleiche Menge Entwicklergel in die Refecto Seal Artist Palette. Bei geschlossenen Augen tragen Sie das Gel präzise mit dem gerillten Färbestäbchen auf Wimpern und Augenbrauen auf. Lassen Sie das Entwicklergel eine Minute einwirken. Für noch intensivere Farbergebnisse können Sie das Farbgel bis zu 8 Minuten und das Entwicklergel bis zu 4 Minuten einwirken lassen. Mit einem feuchten Wattepad entfernen Sie das Entwicklergel zuerst von den Augenbrauen und dann von den Wimpern. Jetzt entfernen Sie die Silikonpads. Die Kundin kann die Augen wieder öffnen. Nun sind die Wimpern und Augenbrauen dauerhaft gefärbt und die Augen wunderschön betont. Falls die Haut angefärbt wurde, reinigen Sie sie einfach mit dem Refecto Seal Sensitive Farbfleckenentferner. Zum Abschluss tragen Sie Refecto Seal Long Lash Gel auf Augenbrauen und Wimpern auf, um das Farbergebnis zu betonen. Das Pflegegel spendet zusätzlich Feuchtigkeit und schenkt Glanz. Refecto Seal Sensitive – große Farbvielfalt, auch für empfindliche Kundinnen. Das Pflegegel spendet zusätzlich – große Farbvielfalt, auch für diereens Vielen Dank.